Die Telekom hat das erste Halbjahr ihres Geschäftsjahres 2023 hinter sich. Auch nach ihrem zweiten Quartal zeigt sich die Telekom stabil. Die Kundenzahlen steigen. Bei den Glasfaseranschlüssen und auch im Mobilfunk gab es eine Vielzahl von neuen Verträgen. Trotzdem kamen vom Telekom-Chef Tim Höttges einige mahnende Worte in Richtung Politik. Und darüber sprechen wir heute bei unserer neuen Ausgabe von Finanzen und Bilanzen. Hier ist Sandra Rohrbach. Und außerdem am Mikrofon Dominik Sechser. Hallo zusammen. Ich freue mich auf die dritte Ausgabe von Finanzen und Bilanzen oder wie wir im Rheinland sagen, einmal ist Ausprobieren, zweimal ist Tradition und dreimal ist Brauchtum. Ja und so ein Brauchtum ist ja auch immer die Präsentation der Quartalszahlen der Telekom. Und es kommen die Zahlen, Menschen wieder voll auf Touren und wir beide ja auch, Dominik. Denn uns stellt sich ja immer wieder die große Frage, bleibt die Telekom auf Wachstumskurs? Und wie spiegelt sich das in den Geschäftszahlen wieder? Hier gab es zwar keine großen Überraschungen, aber doch ein paar schöne Ergebnisse, die aufhorchen lassen. Denn immerhin befinden wir uns doch in einer recht komplexen Marktumgebung, wie das Tim Höttges so schön sagte. Ja, komplex ist ein gutes Stichwort. Das sind ja auch immer die vielen Zahlen, die wir als Telekom bei den Geschäftsergebnissen präsentieren. Aber insgesamt, und das glaube ich das Wichtigste, dürften unsere Aktionären, Aktionäre, unsere KundInnen mit den Entwicklungen durchaus zufrieden sein. Denn die Telekom konnte ihre Ergebnisprognose für 2023 erneut anheben. Jetzt werden im Gesamtjahr 2023 41 Milliarden Euro Ergebnis erwartet oder, um genau zu sein, 41 Milliarden Euro bereinigtes EBDA AL. Die Basis dafür ist das angesprochene Kundenwachstum und zwar in allen Märkten, in denen die Telekom unterwegs ist. Das ist also in Deutschland, den europäischen Landesgesellschaften und natürlich auch in den Vereinigten Staaten. Und dann hören wir doch einfach mal rein, wie unser CEO Tim Höttges diese positive Entwicklung der Finanzergebnisse auf den Punkt bringt. Außerdem für die positive Entwicklung sind drei Faktoren. Erstens unser stabiles Kerngeschäft. Unsere Kunden halten uns die Treue und wir verzeichnen einen sehr starken Zulauf bei den Neukunden. Teilweise Rekordzahlen. Zweitens die konsequente Fortsetzung unserer digitalen Transformation. Das ist ja unsere Strategie. Und drittens wir entwickeln neue Geschäftsfelder, die uns sehr schöne Wachstumszahlen ermöglichen. Steigen wir ein mit den wichtigsten Kennzahlen für Deutschland, denn die zeigen ja vor allem eines. Es gibt eine hohe Kundenzufriedenheit und auch eine gestiegene Nachfrage nach zum Beispiel Glasfaserprodukten. Die Telekom bleibt, und das lesen wir deutlich aus den Geschäftsbüchern, stärkster Anbieter beim Festnetz und Mobilfunk. Zwischen April und Juni, also im zweiten Quartal, kamen fast 320.000 neue Mobilfunkkunden dazu. Und auch im Festnetz gibt es eine sehr starke Entwicklung mit 67.000 neuen Breitbandkunden. Interessant hier fand ich ja vor allem, dass 40 Prozent der Privatkunden im Festnetz, also 6,4 Millionen, einen Anschluss inzwischen haben, der 100 Mbit die Sekunde oder mehr schafft. Also der Datenhunger steigt. Genau. Und das sieht jedenfalls so aus, als würden die KundInnen in Deutschland honorieren, dass die Telekom viel investiert in neue Glasfaseranschlüsse und auch den 5G-Ausbau. Wie genau die Nachfrage nach unseren reinen Glasfaserprodukten zu Hause oder im Geschäft gestiegen ist. Also es geht um FTTH, Fiber to the Home, berichtete unser Finanzvorstand Christian Illek. Kunden im Bereich FTTH sind im zweiten Quartal um 64.000 gestiegen. Das heißt, wir haben jetzt einen Bestand von etwas über 830.000 Kunden und wir haben zusätzlich nochmal 650.000 Kunden in der sogenannten Vorvermarktung, wo der Anschluss noch nicht komplett technisch ausgebaut worden ist. Und im laufenden Quartal war das ein Zuwachs von 100.000 Kunden. Nun gab es trotz aller Zufriedenheit auch einige mahnende Worte von Tim Höttges, die sich insbesondere an die deutsche Politik richteten. Und zwar, ich fasse es mal kurz zusammen, zu viel Regulierung bremst das Wachstum in Deutschland zurzeit aus. Das Zusammenspiel von der Wirtschaft mit der Politik muss in seinen Augen einfach besser austariert werden. Das läuft seiner Meinung nach beispielsweise in den Staaten viel, viel besser. Nun muss man dazu sagen und darüber haben wir auch in unserer letzten Ausgabe von Finanzen und Bilanzen ausführlich gesprochen. Die Telekom ist ein transatlantisches Unternehmen und sehr erfolgreich mit T-Mobile in Amerika. Das ist ein Riesenvorteil, den andere Mobilfunkunternehmen in Europa zum Beispiel nicht haben. Eben Standbeine auf beiden Seiten des Atlantiks. Die Rahmenbedingungen unserer Wirtschaftspolitik auf dieser Seite werden laut Tim Höttges immer mehr zum Problem. Die gesamten Telekommunikationsunternehmen, die nur in Europa tätig sind, haben in den letzten Jahren mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren. Wir dürfen nicht zusehen, wie unser Kontinent noch weiter in dem internationalen Wettbewerb abgehängt wird. Wir brauchen eine Wirtschaftspolitik, die Unternehmen stärkt, die investieren wollen. Stattdessen scheint sich aber bei uns die Meinung durchzusetzen, dass Wachstum etwas Schlechtes ist und dass das Bewahren des Status quo perspektivisch ausreichen kann. Meines Erachtens ein Trugschluss. Wir müssen wachsen, um unseren Wohlstand zu bewahren. Tim Höttges nannte dann auch einige aktuelle Beispiele, wo die Politik in Zukunft den Bogen nicht überspannen sollte. Zum Beispiel teure Auktionen für Frequenzspektrum. Das Geld fehle nachher für den Ausbau. Oder die Diskussion um die sogenannte Diensteanbieterverpflichtung. Hier geht es darum, dass Netzbetreiber möglicherweise in Zukunft nicht mehr frei verhandeln dürfen, zu welchen Preisen sie ihre Infrastruktur an Drittmarken ohne eigenes Netz zur Verfügung stellen. Auch wünscht er sich mehr Unterstützung beim Thema Fair Share, also der Forderung der europäischen Telekommunikationsindustrie, die großen amerikanischen Tech-Konzerne an den Kosten für den Netzausbau zu beteiligen. Höttges forderte deswegen eine engere Zusammenarbeit von Politik und Unternehmen für bessere Rahmenbedingungen. Wir sind bekennende Europäer, aber wir müssen unseren Anteilseignern Rechnung tragen. Und die erwarten von uns, dass wir unser Geld dort investieren, wo die besten Chancen sind, es auch zurückzuverdienen. Sollten sich die Rahmenbedingungen nicht ändern, sehen wir uns gezwungen, unsere Chancen noch stärker im Ausland und damit vor allem in den USA zu nutzen. So wie das gerade in jüngster Zeit einige anderen große deutsche Unternehmen schon angekündigt haben. Um das zu verhindern, braucht es andere Rahmenbedingungen an unserem Standort und wir brauchen einen Schulterschluss zwischen Politik und Unternehmen. Mahnende Worte, die natürlich ein breites Echo hervorgerufen haben. Tim Höttges ist ja schließlich auch dafür bekannt, klare Worte zu sprechen. Das wissen wir, Dominik. Und ich würde mal sagen, bei der Präsentation der Quartalszahlen ist er seinem Ruf mal wieder voll gerecht geworden. Gleichzeitig, der Aufruf zum Handeln, zum Bürokratieabbau kommt zurzeit nicht nur von ihm. Er ist da in guter Gesellschaft. Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck forderte kürzlich weniger Bürokratie. Diese sei inzwischen ein echtes Investitionshemmnis für Unternehmen geworden. Insofern denke ich, kann man sagen, der Appell, miteinander in einen Lösungsmodus zu kommen, der kommt genau zum richtigen Moment. Und die Präsentation der Quartalszahlen war mal wieder mehr als nur ein nüchterner Blick in die Geschäftsbücher. Und damit beenden wir auch unseren kleinen Rückblick auf die jüngsten Finanzen und Bilanzen der Telekom und sagen Tschüss und freuen uns natürlich auf unseren nächsten Brauchtumstag. Ja, auf jeden Fall. Hat wieder Spaß gemacht in dieser Ausgabe und wir freuen uns dann natürlich auch, wenn ihr und sie beim nächsten Mal wieder dabei seid.